Das war's für heute. Der große Tag seines Zocken hat mich erwischt! Duval, wo ist er? Das wirst du schon sehen. Er trommelt ein paar Jungs der Union zusammen, um deinen Arsch zu jagen. Heute Abend, oben in der Nähe, vom alten Aussichtspunkt. Ich schätze, Sie müssen wohl ohne dich anfangen. Ich schätze, Sie müssen noch ein paar Jungs aussehen. Ich schätze, Sie müssen noch ein paar Jungs aussehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Hast du gesehen, wie sie angerauscht gekommen sind, so aufgedonnert mit ihren edlen weißen Roben? Mein Dad hat immer gesagt, das Einzige, was noch schlimmer wäre als ein Nigger, ist ein reicher weißer Mann mit Größenwahn. Dein Dad war ein weißer Mann. Diese Arschlöcher kommen hier raus, um sich Mr. Duval's Räder anzuhören, johlen und klatschen und wedeln mit den Armen. Aber du und ich, wir wissen beide, wenn es dann an der Zeit ist, sich die Hände schmutzig zu machen, Zeit, um ein paar Niggerscalps einzusammeln, werden all die feinen, verschissenen Robenträger plötzlich verschwunden sein. Irgendwann würde ich gerne mit denen dasselbe machen, was wir jetzt mit den Niggern vorhaben. Gottverdammte Betrüger. Ich bin sicher, dass ich etwas gehört habe. Gottverdammte Betrüger. Wir stehen hier in den Ruinen des vorigen Jahrhunderts. Genau an dieser Stelle verteidigte mein Ur-Ur-Urgroßvater mit seinen Brüdern Lugier gegen die Aggression des Morden. Er starb an dieser Stelle, um die Werte und Zungen seines Volkes zu bewahren. Er gab sein Leben für die Freiheit seines Staates und sie versucht, die anrollende Flut von Mischlingen einzulämmeln. Und einer von denen ist jetzt da draußen, in diesem Moment, und schlitzt weißen Männern und Frauen die Kehlen auf. Jetzt, jetzt, in diesem Moment, ich weiß, was einige von euch denken. Scheiße, hier ist der. Lass uns die Scheiße hindern. Lass uns die Scheiße hindern. Das könnte was sein, hier. Leicht dich da drüben hinun, Sina! Ich sehe mich woanders um. Was ist das? 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 Was ist das?